Und damit übergebe ich an den Moderator unserer Podiumsdiskussion, Herrn Klaus Döring, und bitte Sie auch, die anderen Panelisten da vorzustellen. Danke. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Mein Vorname ist leider nicht Dirk. Mit dem schönen Vornamen kann ich nicht aufwarten, um auf die Begrüßung von Herrn Bommer für Professor Dirk Schiereck anzuspielen. Aber auch bei mir geht es in der nächsten Stunde um die Aktie, genauer gesagt um den Aktienhandel und um die Zukunft des Aktienhandels. Der Dirk hat ja in seinem Programm ausgemacht, dass ein Gespenst herumgeht, nämlich das Gespenst des außerbörslichen Aktienhandels und das Gespenst des anonymen Investors, das die Investor-Relation-Verantwortlichen umtreibt. Und außerbörslicher Handel, manche nennen auch, sprechen auch von Darkpools, beschäftigen Investor-Relations-Verantwortliche. Betroffen sind vielleicht im Moment erstmal vor allem die sogenannten Blutschips, also in Deutschland die DAX-Unternehmen, aber auch zunehmend Unternehmen des MDAX und SDAX sind von diesem Phänomen betroffen. Was bedeutet das? Was wird die Zukunft zum Aktienhandel bringen? Werden diese außerbörslichen Plattformen noch gewinnen oder gibt es vielleicht eine Renaissance und Wiederbelebung des regulierten Marktes? Darüber wollen wir jetzt diskutieren und ich freue mich, dass ich dazu fünf Fachleute mit hier aufs Podium bitten darf, die ich Ihnen jetzt ganz gerne vorstellen möchte. Und ich fange an mit der einzigen Dame in unserem Kreis, nämlich Frau Silke Schlünsen. Frau Schlünsen, herzlich willkommen. Frau Schlünsen ist ein alter Hase, hätte ich jetzt fast gesagt, aber sie ist jedenfalls ein großer Experte mit viel Erfahrung im Markt- und Wertpapierbereich. Sie leitet seit dem Sommer 2009 bei der Close Brothers Seidler Wertpapierhandelsbank den Bereich Designated Sponsoring und das ist, wie Sie wissen, einer der wichtigsten Handelsbereiche dieser Bank. Sie ist aber vorher schon woanders am Kapitalmarkt unterwegs gewesen, insgesamt 14 Jahre bei HSBC Trinkhaus und Burkhardt in Düsseldorf in verschiedenen Bereichen, gelernte Börsenhändlerin. Sie hat berufsbegleitend Betriebswirtschaftslehre studiert und, das wird man hier beim Dirk besonders gerne hören, auch den Abschluss als Certified Investor Relations Officer gemacht. Frau Schlünsen sagt, wir, und damit meinen Sie natürlich Ihr Wertpapierhandelshaus, wir sorgen quasi als Handwerker des Aktienmarktes erst dafür, dass Börse funktioniert, indem wir Orderbücher strukturieren und für Liquidität sorgen. Mit anderen Worten, der Markt braucht Pflege und das besorgen wir. Frau Schlünsen, kommen Sie mit hoch. Vielen Dank, Herr Döring. Kommen Sie am besten mit zu mir, dann machen wir weiter mit dem nächsten Panel-Teilnehmer. Und da darf ich, wie sollte es anders sein, in einem solchen Kreis einen Vertreter eines organisierten Marktplatzes begrüßen, nämlich Herrn Michael Krogmann von der Deutschen Börse AG. Herr Krogmann, kommen Sie ruhig schon mal hoch, während ich Sie noch kurz vorstelle. Herr Krogmann ist verantwortlich bei der Deutschen Börse AG für den Bereich Market Development und er ist auch Mitglied der Geschäftsleitung der Frankfurter Wertpapierbörse. Er ist ausgebildeter Bankkaufmann, seinerzeit beim Bankhaus Merck und Fink, haben Betriebswirtschaftslehre studiert, waren dann Berater bei Mummert und Partner und sind dann zur Deutschen Börse gekommen, haben sich maßgeblich mit der Einführung von ETFs beschäftigt und auch Marktmodell- und Systementwicklung von Xetra in Deutschland und auch Europa vorangetrieben. Herr Krogmann ist der Meinung, dass die Preisfindung am Aktienmarkt so etwas wie ein öffentliches Gut ist und will deshalb vor allem die kleinen und mittleren Orders von den sogenannten Darkpools wieder wegholen und auf das System eines regulierten Börsenbetreibers natürlich am liebsten das der Deutschen Börse leiten. Herzlich willkommen. Dankeschön. So, dann gibt es ja nicht nur hier in Frankfurt eine Börse, sondern auch etliche Regionalbörsen und da freue ich mich, Herrn Dr. Christoph Borschan begrüßen zu dürfen. Er ist seit Oktober 2012 Vorstandsmitglied der Börse Stuttgart. Kommen Sie vielleicht an den Tisch mit rüber. Nein, nein, das wollen wir ja verhindern hier. Keine Börsenfraktion. Herr Borschan ist außerdem verantwortlich für das Ressort Börsenbetrieb bei der Börse Stuttgart. Er ist von Haus aus Jurist. Auch über das Börsenwesen wurde er promoviert. Er war auch Ende der 90er Jahre Börsenhändler, Wertpapierhändler bei der Tradegate AG und ist dann bei der Börse Berlin AG Referent gewesen, unter anderem für den Bereich Legal, Business Development und so weiter. Und seit dem Jahr 2010 auch Geschäftsführer der baden-württembergischen Wertpapierbörse und ist eben vor allem verantwortlich für die Bereiche Recht, Regelwerke, Listings, Public Affairs und Best Execution. Herr Borschan vertritt die These, dass es volle Transparenz, Gleichberechtigung der Teilnehmer, verlässliche Preisbildung und unabhängige Handelsüberwachung nur an den Börsen gibt. Er hat das auch schon mal etwas drastischer formuliert in einem Aufsatz für eine Zeitschrift, die überschrieben war, der außerbörsliche Handel gehört verboten. Nun, da sind wir gespannt auf die anschließende Diskussion. Dann darf ich begrüßen hier als Panel-Teilnehmer Herrn Karl Fickel. Herr Fickel, kommen Sie hoch. Herzlich willkommen. Herr Fickel ist vielen von Ihnen, kommen Sie ruhig mit hier rüber, vielen von Ihnen seit vielen Jahren als Teilnehmer des Marktes bekannt. Er hat schon viele gute Zeiten und auch schwächere Zeiten an den Kapitalmärkten erlebt. Er hat angefangen bei der Commerzbank als Trainee, war dann dort in der privaten Vermögensverwaltung im Portfolio Management tätig. Seit 1996 ist er dann zu Invesco gegangen, hat dort verantwortlich im Asset Management gearbeitet und ist seit dem Jahr 2000 bei Lupus Alpha Asset Management Partner und dort zuständig für Portfolio Management und Research. Herr Fickel fürchtet, wenn der Trend zu außerbörslichem Handel so weitergeht, fehlt uns irgendwann das Underlying und damit die Basis für eine faire Preisbildung. Und außerdem fehlt ihm als altem Börsianer so etwas wie die Mensch-zu-Mensch-Beziehung im Aktienhandel. Er wünscht sich eine Börse, in der es zugeht, wie in der Kleinmarkthalle in Frankfurt. So, und dann kommen wir zum letzten Podiums- und Panel-Teilnehmer, Herrn Christian Himmler von der Deutschen Bank. Herr Himmler, ich darf Sie hiermit auf die Seite aufs Podium bitten. Herr Himmler hat bei der Dresdner Bank eine Banklehre absolviert, Betriebswirtschaftslehre studiert in Bamberg und war dann bei der Deutschen Bank im Bereich Equities. Zunächst in London und dann in Frankfurt tätig, haben im Jahr 2005 die Verantwortung für den Bereich Equity Sales Trading übernommen und vor zwei Jahren auch die Verantwortung für den Bereich Continental Execution Sales. Herr Himmler ist der Meinung, dass alternative Handelsplattformen den Kunden nicht per se schlechter stellen als organisierte Märkte. Institutionelle Investoren vor allem brauchen für große Trades auch Darkpools. Ja, meine Damen und Herren, damit sind wir jetzt auch schon mitten im Thema und ich möchte gerne gewissermaßen zum Einstieg eine Frage an Herrn Krugmann von der Deutschen Börse loswerden. Sie haben ja in den Ausführungen von Professor Schiereck gehört, was er zur Zukunft des Börsenhandels gesagt hat und wehe, wenn irgendwann mal vielleicht auch die Algos nicht mehr da sind. Wie sehen Sie denn die Zukunft des Börsenhandels? Welche Zukunft hat der Börsenhandel an den organisierten Märkten überhaupt? Und welche Rolle spielt heute schon der Handel an außerbörslichen Plattformen? und welche Rolle wird er aus Ihrer Einschätzung in der Zukunft spielen? Danke, Herr Döring. Ja, sehr interessante Fragestellung, denke ich. Ich muss zugeben, dass ich mich an den doch recht düsteren Ausblick vom Herrn Professor Schiereck nicht komplett anschließen kann und möchte. Ich sehe, dass insbesondere der Aktienhandel und insbesondere in Deutschland immer ein sehr, sehr zyklischer Markt war. Wir haben gesehen im langfristigen Zeitverlauf, dass sich die Indexentwicklungen und die entsprechenden Handelsaktivitäten unterschiedlicher Marktteilnehmergruppen immer sehr, sehr zyklisch bewegt haben. Natürlich in Zyklen wie Neuer Markt, natürlich in Zyklen wie Finanzkrise. Wir sehen aber insgesamt auch im Aktienhandel wieder eine deutliche Belebung in den ersten Monaten dieses Jahres. Wir liegen rund 20 bis 30 Prozent über den durchschnittlichen Handelsvolumina, die wir Ende 2012 gesehen haben, jetzt aktuell in 2013. Von daher für mich ein klar positiver Trend. Außerdem auch noch mit einer recht regen Beteiligung von Retail-Investoren. Um Ihnen vielleicht einen kurzen Überblick zu geben, wie sich seit Einführung der Mifid im Jahr 2007 die Handelsvolumina verteilt haben, weil grundsätzlich war die Mifid so ausgestaltet, dass man gesagt hat, man möchte einen einheitlichen Kapitalmarkt in Europa schaffen, man möchte auch Konkurrenz für die etablierten Börsen, wie beispielsweise Deutsche Börse oder auch die Börse Stuttgart schaffen. Seitdem haben sich einige alternative Handelsplattformen herausgebildet, sogenannte MTFs. Darüber hinaus noch systematische Internalisierer, die aber insgesamt keine große Rolle spielen. Daneben, neben diesen ganzen regulierten Märkten, gibt es aber noch einen sehr, sehr großen Teil, OTC-Trading. OTC-Trading ist der nicht überwachte, nicht regulierte Markt. Und im Gegensatz zu den Erwartungen, die die Regulatoren vor 2007, also vor Einführung der Mifid hatten, findet hier rund 40 Prozent des Umsatzes in liquiden Aktien, findet OTC statt. Das heißt fernab von jeder Regulierung, fernab von jeder Transparenz. Und wir sagen, dass diejenigen Transaktionen, die heute im Dunklen, also OTC, und nicht im Zugriff von Investoren und von einer breiten Investoren, Privat- und institutioneller Investorenschaft Zugriff darauf haben, sagen wir, diese Transaktionen müssen auf öffentliche, regulierte Marktplätze gehen, um die Transparenz zu fördern und den Preisbildungsprozess zu unterstützen. Ja, klare Forderung und Aussage. Herr Himmler, wird Ihnen damit das Geschäft abgegraben, um es mal ganz platt zu sagen. Herr Bommer hat ja außerdem in seiner Einführungsrede so einen kleinen Seitenhiebrichtung Banken losgelassen. Ich weiß nicht, ob Sie schon da waren. Nein, leider noch nicht. Er hat den Banken vorgeworfen, Sie würden im Prinzip den Aktienhandel vernachlässigen, weil Sie ja mit Derivaten und strukturierten Produkten viel besser verdienen würden. Wo sehen Sie die Zukunft des Aktienhandels als Banker? Und was sagen Sie zur Forderung von Herrn Krogmann, nach Möglichkeit alles wegen der Preistransparenz auf die organisierten Märkte zu leiten? Also es sind viele verschiedene Punkte, die wir hier berücksichtigen müssen, glaube ich. Und es stimmt nicht ganz, dass wir per se sagen, es wird für eine Bank als Marktteilnehmer im Wertpapiergeschäft dann das Geschäft abgegraben, wenn es nur noch an den transparenten Lit-Markten, wie wir sie nennen, stattfindet. Fakt ist, der Herr Krogmann hat es angesprochen, dass seit der Mifid-Einführung die Märkte eine deutliche Fragmentisierung gesehen haben. Und wir mussten darauf auch reagieren. Im Grunde genommen hat damit eine große Automatisierung stattgefunden. Es ist wahrscheinlich mit den zwei großen Themen vorangegangen. Zum einen wollte der reguläre Preis Transparenz schaffen und auch eine Kostenstruktur aufbrechen, die in einem monopolisierten Markt wahrscheinlich relativ schwierig ist. Ich sehe das im Grunde genommen als Hand in Hand für institutionelle Investoren. Ein institutioneller Investor hat ein großes Interesse daran, mit möglichst wenig Marktimpact seine Order am Markt auszuführen. Wenn die Möglichkeit dafür besteht, dass man OTC, ein Volumen, crossen kann, heißt das nicht gleich, dass da irgendwas Schlimmes passiert, auch wenn ich auch der Meinung bin, dass der Name Darkpool wahrscheinlich schon per se etwas unglücklich gewählt worden ist. Fakt ist, dass in einem Darkpool im Grunde genommen der Preis in der Mitte des aktuellen Börsenspreads stattfindet. Herr Krogmann hat recht, dass natürlich alles Volumen, was nicht über diese klassischen Börsenmärkte stattfindet, natürlich nicht dazu beiträgt, die Preisfindung auf den öffentlichen Märkten zu erhöhen. Nichtsdestotrotz ist das natürlich aus unserer Sicht, die wir versuchen, den bestmöglichen Preis für unsere Kundschaft zu bekommen, der Fakt schon gegeben, dass wenn im Grunde genommen mit Preis gekrosst wird, dass für den Käufer und den Verkäufer in dieser Aktie der bestmögliche Preis stattgefunden ist. Und wir sind von Mifid her dazu verpflichtet, die Best Execution Policy einzuhalten, die wir praktisch mit unseren Kunden unterschrieben haben. Und wenn dort die Möglichkeit besteht, diese Transaktion stattfinden zu lassen, ist es natürlich immer etwas besser als am gelisteten Börsenmarkt. Kurze Zwischenfrage? Ja, gerne, Frau Schwinsen. Ja, natürlich. Was nützt dem besten und größten Investor, sage ich mal, die Liquidität über die Darkpools, wenn hinterher genau dieses Wertpapieren, das er doch über die Darkpools investiert hat, womöglich nicht mehr Index notiert ist. Und das wiederum Bestandteil seiner Vorgaben ist, um in diese Indexwerte, ob jetzt von ganz oben DAX bis hin zum SDAX, dass er nur in Indexwerte investieren darf. Weil da geht unseres Erachtens der Trend hin. Und dass viele Indexunternehmen gerade davon betroffen sind, ergo auch die deutsche Börse, die natürlich nur für die Berechnung, anders geht es auch nicht, der Indexentscheidung, natürlich die regulierten Börsenplätze, Cetra und Frankfurt nutzen. Und dann sage ich einfach, dann nützt dem Investor relativ wenig dieser Darkpool-Handel, wenn das Unternehmen irgendwann nicht mehr in dem Index ist, in dem es mal notiert war. Ja, direkte Frage. Also die These ist ja, da schießen sich die Investoren, die über Darkpools handeln, irgendwo selbst ins Knie, weil sie damit ihre Basis unterminieren. Wir sind im Grunde genommen der Intermediär in dieser ganzen Geschichte. Also ich will ja jetzt auch nicht irgendwie an die Wand gestellt werden. Per se nutzen Investoren jegliche Form der Liquiditätsfindung. Und wenn der Regulierer im Grunde genommen gesagt hat, wir möchten eine Fragmentisierung des Marktes haben, und das ist ja die klare Aussage leider Gottes gewesen, im Grunde genommen, dass eben alternative Handelsplattformen zugelassen worden sind, müssen wir natürlich als Marktteilnehmer da auch in irgendeiner Form darauf reagieren. Ich sehe die Probleme, die dadurch entstehen, ganz klar. Nichtsdestotrotz obliegt es nicht der Deutschen Bank oder den Marktteilnehmern, die Regulierungen zu machen oder die Regeln aufrecht zu erhalten. Wir versuchen bestmöglich für unsere Kunden tätig zu werden und dementsprechend da auch aktiv zu sein. Stichwort Regulierung, Herr Boschan. Ja, sagen Sie es dem Publikum, was Sie gerade Herrn Fickel schon erzählen wollten. Sie sind der Experte, was Regulierung anbelangt. Gibt es denn, sagen wir mal, aufgrund dieser Entwicklung, die man ja sieht und die bestimmte Gefahren auch für den Aktienhandel ja mit sich bringt, ein gewisses Umdenken in der Regulierung? Oder geht man auf diesem Weg praktisch auch der Fragmentierung von Liquidität und dem weiteren Ausbau von möglichen Handelsplattformen weiter? Ja, also ich denke, wir haben ja durchaus eine politische Großwetterlage, die, was die aktuelle Regulierung der Märkte angeht, ihren Ausgangspunkt findet im G20-Beschluss von Pittsburgh 2009. Das liegt nun einige Jahre zurück. Was hat man dort identifiziert? Nun, man hat die Intransparenzen im außerbörslichen Handel als eine der Ursachen für die Finanzkrise identifiziert. Die krisenverursachenden Finanzinstrumente, ich selber war lange Jahre Börsenhändler, bin jetzt 15 Jahre im Börsengeschäft, ich habe noch kein CDO, CDS gehandelt. Ich weiß auch nicht, wie so etwas aussieht. Ich weiß auch nicht, wie ich das bepreisen soll. Und damit möchte ich nicht die Berechtigung dieser Instrumente infrage stellen, die sicherlich ihre Berechtigung haben. Nur haben sie ein unglaubliches Defizit. Wo werden sie, von wem, zu welchen Preisen, in welchen Volumina gehandelt? Und sind das tatsächlich Plattformen, die transparent genug sind, um zu vermeiden, dass sich eben Ungleichgewichte so lange aufschaukeln und dann über Jahrzehnte fast perpetuieren, dass sie dann eben mit so hohen Belastungen für den Steuerzahler abgebaut werden müssen. Das ist fundamental anders im Börsenwesen. Sie können in jeder Sekunde ohne weitere Zugangshindernisse, ohne weitere Kosten auf unsere Internetseite gehen. Und dann sehen Sie die Preise für jedes Finanzinstrument. Wenn Sie der Meinung sind, das ist hochgepreist, dann können Sie das verkaufen. Wenn Sie der Meinung sind, das ist zu niedrig gepreist, dann kaufen Sie das eben. Und so levelt sich der Markt hier sehr schnell aus. Ich will vielleicht eins noch dringend sagen, da Sie mich vorgestellt haben mit einem Schlagwort, der außerbörsliche Gehandel gehört verboten. Das war natürlich wie immer die Überschrift der Redaktion über einen Artikel. Und Sie wissen, wie das ist. Während die Abstimmung des Textes immer noch ganz gut funktioniert mit den Überschriften, da spätestens verlässt einen dann die Kontrolle und die Hoheit über den eigenen Artikel. Deswegen erstammt er so nicht von mir. Und vielleicht ist das aber ein guter Ansatzpunkt, um das nochmal gerade zu rücken. Ich glaube, es ist viel Richtiges gefallen. Und das, was die beiden Herren zu meiner Linken gesagt haben, steht gar nicht im Widerspruch. Was sind denn Handelssysteme? Handelssysteme sind anwendungs- und nutzungsspezifische Technologien. Ein bestimmter Nutzertyp braucht ein bestimmtes Handelssystem zur Verwirklichung seines Handels. Und natürlich gibt es jede Berechtigung für Blocktrades, für große Institutionals, auch unter einem erheblichen Transparenzverzicht auf Märkten zu agieren. Wer möchte das bezweifeln? Insbesondere wir als ehemalige Börsenmakler oder Sie als aktueller Börsenmakler. Natürlich, wie hat man das früher gemacht? Großer Trade kam rein und dann hat man das Interessen warnt auch unter einem gewissen Transparenzdefizit an den Markt gebracht. Nur die Frage, die wir uns doch stellen müssen ist, ist das tatsächlich die Realität, die sich verwirklicht auf den derzeitigen Plattformen? Wir haben ja in der Mehrheit der Darkpools, es gibt eine schöne Untersuchung, ich meine die BMI, die spanische Börse hat sie durchgeführt, die hat sich die Ordergrößen einmal angeguckt auf außerbörslichen Handelsplattformen und festgestellt, oh Wunder, es sind gar nicht die Blocktrades, sondern es ist die klassische von der Mifit selbst definierte sogenannte Retail Market Size, die dort standardmäßig umgeht. Wir haben also einen ganz anderen Effekt zu vergegenwärtigen, nämlich, dass diejenigen, die eigentlich des größten Schutzes bedürfen, die sich auf die ihnen zur Verfügung gestellte Marktordnung ohne weitere Prüfung eigentlich verlassen sollen, müssten, dürfen, die werden nun gerade außerbörslich gehandelt und das ist der zentrale Kritikpunkt, den ich an der Stelle nicht verstehe. Meiner Ansicht nach gibt es keinen Grund, Privatanleger-Order und Retail-Order eben nicht ausschließlich an regulierten Märkten. Können wir vielleicht nochmal darauf zurückkommen, auch wenn es um die Frage der künftigen Regulierung geht. Herr Fickel, welche Handelssysteme würden Sie sich denn wünschen, um Ihr Idealziel des fairen Preises zu erreichen? Als ich hier zugesagt habe, hier aufzugehen auf der Podiumsdiskussion, war total interessant, welche Diskussion bei uns selbst dann begonnen hat, weil ich bin zu unseren Händlern hintergegangen und habe gesagt, wie seht ihr jetzt das mal so? Weil es hilft ja nichts, wenn ich mit meiner Nostalgiewelle da daherkomme. So, dann hat sich herausgestellt, ja, erstens mal sind die natürlich vollkommen emotionslos und zweitens macht es einen riesen Unterschied, in welchem Produkt jetzt auch bei Lupus Alpha wir reden, ob wir von der Derivate-Seite reden oder von den Smaller Mid-Caps. Ja, wir haben ja keine Big Caps. So, jetzt bleiben wir mal bei der Smaller Mid-Cap, bei der Aktienseite, weil bei der Derivate-Seite, da ist das sowieso immer so eine Sache, was rechnest du, mit wem handelst du? Und da sagen die Händler ganz klar, es ist mir eigentlich egal, weil der Fondsmanager kommt her und sagt, ich möchte die Aktie haben oder die Aktie verkaufen und dann hast du so einen Block da und wie kriege ich den jetzt unter? So, und jetzt haben die natürlich ihre selbst ihre Marktteilnehmer und ob die in Banken sitzen oder wo auch immer und dann telefonieren die rum und versuchen das irgendwie gut zu machen für uns. Das heißt, am Ende des Tages, ich habe versucht, das so ein bisschen in eine Matrix zu bringen, es hat etwas zu tun mit der Größenordnung dessen, was du machst, es hat etwas zu tun mit dem Produkt, das du handelst, weil da machen wir reden nur noch Spezialisten untereinander, also bei so tiefen Geldoptionen, das wird alles viel schwieriger, also ich habe da jetzt selber viel gelernt dadurch. Aber am Ende des Tages, das fand ich schon interessant, da von den Händlern sagen die, emotionslos ist es mir vollkommen egal, Hauptsache mein Fondsmanager ist am Ende des Tages zufrieden, ich habe einen fairen Preis und vernünftige Kosten dazu, aber sie glauben schon, dass wenn immer mehr von so offiziellen Plattformen verschwindet, dass am Ende des Tages so eine Art von fairen Preis, was immer der jetzt sein soll, schwierig zu finden ist. Also die würden alle eher sagen, lasst es wie es ist, aber für so etwas Ähnliches sein wird so eine Art Meldepflicht. Also was ist an dem Tag in welcher Aktie, das muss gar nicht einmal klar definiert sein von wem, sondern wie umgegangen zu welchen Preisen, um irgendein Gefühl dafür zu entwickeln. Weil am Ende, sonst, was hat da ein Händler gesagt, ist das so ein bisschen wie momentan in den Tankstellenpreisen, ich weiß ja gar nicht, wann man es tanken soll. Du tankst einfach, wenn du irgendwie auf ein Ding schaust, also du gehst aus dem Rewe-Markt raus, ist es 10 Cent billiger, stürzt auf die Tankstelle, fährst runter, ärgerst dich, wäre es noch 2 Cent billiger gewesen. Dann denkst du, diesmal warte ich, ist 10 Cent teurer. Also ich sage dir, irgendwie alles verzerrt. Also wir reden jetzt nicht über Best Price und Best Execution an den Tankstellennetzen, wir sind ja noch am Aktienmarkt. Nein, aber Transparenz wäre wichtig. Moment, jetzt wollte ich gerade erst mal Frau Schlünzen das Wort noch erteilen, denn Sie haben nicht nur ein paar Mal genickt, sondern Sie müssen sich auch direkt angesprochen fühlen von dem, was Herr Fickel gesagt hat. Ich will ja nur, dass meine Fondsmanager am Ende des Tages glücklich sind und diesen Deal möglichst gut über die Bühne kriegen. Sie sind ja jemand bei der Wertpapierhandelsbank Close Brothers Seidler, die dafür sorgen, dass solche Deals dann auch vernünftig über die Bühne gehen. Sie schauen sich die Orderbücher an, strukturieren die. Was würden Sie denn gerne anders haben an dem jetzigen System des Aktienhandels? Oder sind Sie damit glücklich, weil Sie im Moment der Marktführer sind, den Designated Sponsoring? Ja, man kann sich immer verbessern und das ist auch unser Bestreben. Aber das Hauptbestreben jetzt zu diesem Thema ist einfach, am besten gar keine Darkpool-Anteile mehr. Sorry, aber alle werden wir nicht rüberkriegen. Aber wenn man sich im Moment die Zahlen anguckt, da liegen wir im DAX bei durchschnittlich 70 Prozent. Teilweise haben DAX-Unternehmen über 90 Prozent Darkpool-Anteile. Im SDAX das gleiche Spiel. Weiter runter immer weniger natürlich. Der Schnitt im TechDAX liegt so bei 35 Prozent. Im MDAX bei 55 Prozent. Das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Hälfte der ganzen Transaktionen geht außerbörsig, nicht reguliert über die Märkte. Auf der einen Seite verstehe ich natürlich, dass die Fondsmanager oder Investoren zufriedengestellt werden. Und natürlich verdient die Bank, die den Darkpool anbietet, ja auch ein bisschen was dabei. Sollte zumindest so sein, sonst würden sie es nicht anbieten. Mir fehlt auch genau das, was Sie gesagt haben, die Transparenz. Es ist schwierig. Wir versuchen vornehmlich immer, es gibt natürlich auch Investoren, die wollen größere Blöcke, nicht über die Handelssysteme etc. Frankfurt ist noch schwieriger, abwickeln. Natürlich hilft das einem Unternehmen, wenn auch mal Blogs, was ja jetzt auch seit wie viel, anderthalb Jahren über dieses Cross-Request bei der Börse ja auch durchaus möglich wäre. Was ich damals auch sehr begrüßt habe, als Herr Kruppmann mit dieser Idee einfach mal so ein paar Marktstimmen eingeholt hat. Es wird leider sehr wenig genutzt. Und vielleicht muss dieses System, was von der Idee ja ganz gut ist, oder die Handelsmöglichkeit, nämlich auch abgesprochene Geschäfte, was früher ja nicht erlaubt war, über eben diese Plattform Xetra, über den regulierten Markt abzuwickeln. Vielleicht müsste da ein bisschen Feintuning betrieben werden, wenn es geht, in der Form, weil damit es besser genutzt wird. Weil die Problematik besteht ja darin, dass eben die beiden Marktteilnehmer, die sich vielleicht vorher eben abgesprochen haben, dann doch nicht zu 100% zum Zuge kommen und noch andere dazwischen pfuschen. Das habe ich natürlich nicht. Wenn ich jetzt mit einem von Ihnen OTC-Geschäft mache, dann sagt der eine von dir, der andere an dich, wir haben uns über den Preis geeinigt, dann wird das Geschäft außerbörslich abgewickelt. Im Darkpool flieht es halt alles in diese Masse rein. Und wird dementsprechend auch bestmöglichst natürlich für die Kunden ausgeführt. Es spielen so viele Faktoren eine Rolle. Auch der Free Float ist natürlich eine enorm wichtige Rolle, wenn ein Unternehmen oder je höher der Free Float bei einem Unternehmen ist, umso eher bietet sich natürlich die Möglichkeit, über die außerbörslichen Handelsplattformen zu gehen, weil ich eben größere Stückzahlen on block handeln kann. Wir versuchen dennoch zum einen Blöcke über Xetra abzuwickeln und dann natürlich die Liquidität. Und wir haben auch sehr viele Berechnungen gemacht. Und man sieht doch bei vielen Unternehmen, die wir betreuen, dass da eben die Unternehmen unter diesem Durchschnitt von den Darkpool-Anteilen im TechDAX, MDAX, SDAX doch liegen. Und das freut uns. Das ist viel Arbeit. Darum auch, wir verstehen uns als Handwerker, Liquidität sieht Liquidität an. Und nur mit gut strukturierten Orderbüchern kann halt eben versucht werden, auch die Liquidität zum regulierten Markt zu holen. Das ist ein ganz, ganz langer Weg und der geht immer nur so ein kleines Stück weiter. Aber mit jedem Stück, das wir schaffen, freuen wir uns einfach und hoffen da ein bisschen die Anteile zum regulierten Markt hinzuholen. Wenn ich da kurz noch was zu sagen dürfte. Grundsätzlich, auch wir als Deutsche Bank, sagen ja nicht per se, wir wollen unbedingt in irgendeinem Darkpool handeln, sondern wir wollen dahin gehen, wo wir im Grunde genommen die größte Liquidität finden. Und das ist das Problem momentan an den offiziellen Märkten. Und je illiquider der Wert in Anführungszeichen oder je kleiner der gelistete Wert ist, desto illiquider ist er häufig momentan an den offiziellen Börsenplätzen. Es bringt mir relativ wenig, wenn ich einen institutionellen Kunden habe, der sagt, ich habe ein super Company Meeting gehabt und ich hätte gerne eine Aktie XY jetzt gekauft. Dann fange ich an, am gelisteten Markt ganz langsam, aber sicher da irgendwie über Tage, Wochen irgendwie einen Block einzusammeln. Also ich bin bei Ihnen natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gab es ja diese OTC-Märkte schon immer. Also wir müssen aufpassen. Also OTC-Märkte sind nicht entstanden in der Automatisierung oder durch Mifid, sondern auch damals auf dem Parkett im Grunde genommen. Wenn zwei Bankenvertreter direkt miteinander gehandelt haben, war das ein OTC-Trade, der nicht über den amtlichen Kursmakler stattgefunden hat. Also diese heutigen OTC-Statistiken, die hat es eigentlich schon immer gegeben. Da gab es aber Darkpool noch nicht. Diese Darkpools sind im Grunde genommen ja auch nur die automatisierte Form, die elektronisch automatisierte Form des OTC-Marktes. Also dementsprechend, je mehr Liquidität an den gelisteten Börsen vorherrscht, desto eher werden wir als Marktteilnehmer natürlich auch diese Märkte nutzen. Ich glaube, das war es umgreifend. Nur eine Sache vielleicht zusammengefasst fürs Publikum, weil so haben wir auch unsere Studien gemacht und ich glaube, es ist einfacher. Wir haben gesagt, wir sagen Frankfurt und Xetra sind die regulierten Märkte, dann ist es einfacher. Und OTC und Darkpool sind die unregulierten Märkte, weil es spielt keine Rolle, ob ich ein OTC-Geschäft mache oder ein Darkpool-Trade. Im Grunde sind das alles Geschäfte, die eben am regulierten Handel vorbeilaufen, eben nicht in diese Indexberechnung gehen. Ich denke, das ist einfacher. OTC-Handel gab es immer, aber auch der hat zugenommen. Und mit dem Darkpool... Ja, ich denke, man kann das klar benennen, aber ich denke, das kann man doch ganz einfach festmachen. Es gibt ja bestimmte Meilensteine in der Deregulierung der Märkte Anfang des letzten Jahrzehnts und ein Meilenstein dieser Deregulierung, und deswegen möchte ich das in Frage stellen, was Sie gesagt haben, den OTC-Handel habe es in dieser Form immer gegeben, einer der Meilensteine dieser Deregulierung Anfang des letzten Jahrzehnts ist die Abschaffung der Concentration Rule, des Börsenvorrangs. Manche haben das ja bezeichnet als Börsenzwang, ein Begriff, mit dem ich nicht unbedingt zufrieden war, denn Börsenzwang heißt, man muss etwas tun. Im Börsenvorrang hieß ja, immer dann, wenn ein Privatanleger keine anderslautende Weisung gibt, ist dieser Auftrag börslich auszuführen. Und das führt noch mal zu der Frage, was ist denn das Besondere am Börsenhandel? Und wir müssen doch dringend noch mal beleuchten, was jetzt der besondere Wert auch dieser Referenzpreisfunktion ist. Was unterscheidet Ihnen denn funktional vom außerbörslichen Handel? Ja, das ist zunächst der gleichberechtigte Marktzugang für die Handelsteilnehmer. Es ist gleichzeitig der gleichberechtigte Marktzugang, und das ist für Sie von entscheidender Bedeutung, der Emittenten. Wenn Sie zu uns an die Börse Stuttgart kommen und ein Listingbegehren in den regulierten Markt haben und die dafür notwendigen Voraussetzungen erfüllen, dann sind Sie zuzulassen. Sie haben einen, die Juristen nennen das etwas sperrig, gebundenen Anspruch auf Zulassung. Versuchen Sie die gleiche Übung mal auf einer außerbörslichen Handelsplattform. Also wir haben gleichberechtigten Marktzugang der Handelsteilnehmer, gleichberechtigten Zugang der Emittenten. Wir haben eine hochregulierte Preisverstellung unter der Aufsicht, der fortlaufenden Aufsicht einer staatlich garantierten und unabhängigen Handelsüberwachung. Und wir haben als ganz entscheidenden Baustein die bereits beschriebene Transparenz noch begleitend. Einerseits die Vorhandelstransparenz, was ist also an Angeboten im Markt, was wurde an Preisen festgestellt, also Vor- und Nachhandelstransparenz. Das ist der funktionale Unterschied, meine Damen und Herren. Und wozu führt das in der Handelsrealität dann? Das führt dazu, und da kann der Herr Krockmann in noch viel größerem Selbstbewusstsein auftreten als ich, wenn der Xetra abschaltet, ist sein System off. Genauso wie alle anderen Bankhandelssysteme, genauso wie alle anderen MTFs, die auf die Xetra-Preise als größten offiziellen, nämlich dieser besonderen Preisqualität verhafteten Liquiditätspool, referenzieren. Das ist die Realität im heutigen Börsenhandel. Und Herr Döring, gestatten Sie mir noch diesen abschließenden Kommentar. Lassen Sie uns gemeinsam Überlegungen anstellen, alle hier im Raum, wie wir diese Deregulierung zumindest in solch geordnete Bahnen zurückführen, dass wir sie zumindest dem, der Sie interessiert, nämlich dem privaten Investor, wieder attraktiv machen. Das Börsenwesen, so wie es zurzeit verfasst ist, im regulatorischen Wettbewerb mit den außerbörsischen Handelsplattformen, ist ein Scheinriese. Je näher Sie kommen, je kleiner wird der. Und Herr Döring, Sie sind Chefredakteur der Börsenzeitung. Sind es wirklich Börsensachverhalte, über die Sie nach wie vor berichten? Oder ist es nicht etwa so, dass Sie Ihre Zeitung, ja weiß ich nicht, Zeitung, über den hauptsächlich außerbörsisch stattfindenden Wertpapierhandel umbenennen soll? Das klingt noch etwas schwierig. Ich bin mir sicher, Ihnen fällt etwas verkürztes ein an der Stelle. Das würde jedenfalls noch mal neue Anforderungen an die tägliche Recherche stellen, wenn wir plötzlich auch über das, was an Darkpools und so weiter passiert, intensiv berichten wollten. Aber es ist natürlich eine interessante Herausforderung. Aber es ging ja auch, ich meine, Ihr Appell in den Ohren derer, die in Brüssel darüber zu entscheiden haben, was die Regulierung künftig anbelangt. Aber es geht ja auch darum, was wir in dem bestehenden Regulierungsrahmen machen können. Und da ist natürlich auch die deutsche Börse mit Xetra gefördert. Sie haben ja quasi die Wunschliste auch von Frau Schlünzen gehört, was Xetra anbelangt und was man vielleicht eben auch zur Abwicklung von bestimmten Trades über Xetra noch ändern oder verbessern könnte. Haben Sie da Ideen? Natürlich. Ich glaube, insgesamt können wir uns darauf einigen, dass Börse und Handel natürlich kein Selbstzweck ist. Und ich glaube, die beiden Vorredner am heutigen Tag haben ausgiebig klargemacht, wie wichtig das Funktionieren eines Kapitalmarktes ist. Und ich glaube, die Punkte, die wir insgesamt hier für transparente Märkte gebracht haben, sind auch ein wesentlicher Bestandteil des Ganzen. Und natürlich ist es unsere Aufgabe als Börsenbetreiber, ein Umfeld zu schaffen, in dem die Attraktivität des Handels auf unseren Plattformen größer ist als auf allen anderen Märkten. Das gelingt uns natürlich nur teilweise, weil wir können eigentlich nur die Voraussetzungen dafür schaffen. Das ist ein einheitliches Regelwerk, Gleichbehandlung der Teilnehmer, ein hohes Maß an Marktintegrität und nicht zu vergessen Vertrauen. Vertrauen bei institutionellen und privaten Investoren. Das schafft man natürlich durch Transparenz. Und ich glaube, hier ist auch der Gesetzgeber und der Regulator gefordert, eben diese Transparenz herzustellen, die offensichtlich in OTC-Märkten nicht vorhanden ist. Herr Döring, wenn Sie fragen, woran wir arbeiten, um unser Angebot besser zu machen, als das der Wettbewerber, dann ist das natürlich sehr vielschichtig. Ich glaube, insbesondere nach der Finanzmarktkrise haben wir uns sehr, sehr stark konzentriert auf alles, was Risikomanagement, Besicherung angeht. Das heißt, wir haben unsere Services insbesondere im CCP, im zentralen Kontrahenten verbessert. Das heißt, jeder Handelsteilnehmer bei uns kann darauf vertrauen, dass das Geld entsprechend bei ihm ankommt, wenn er eine Aktie verkauft hat oder dass die Aktie entsprechend bei ihm ankommt. Und das Ganze mit sehr, sehr transparenten, nachvollziehbaren und wirklich sicheren Prozessen und Regelwerken. Insbesondere zur Verbesserung der Handelsqualität im Xetra Orderbuch haben wir unterschiedliche Maßnahmen eingeführt. Eine sogenannte Top Order, die die Handelsteilnehmer inzentiviert, wenn sie den Bit-Ask-Spread, also den Unterschied zwischen An- und Verkaufskurs, im Orderbuch verringern. Zum Wohle aller Marktteilnehmer, dadurch steigt die Marktqualität. Wir haben den sogenannten Cross-Request eingeführt, den die Silke Stünsen erwähnt hat. Hier kann ich mich Ihrer Aufforderung nur anschließen. Wir sind nur diejenigen, die so etwas bauen können und ausgestalten können und gemeinsam mit unseren Marktteilnehmern entwickeln können. Genutzt werden muss es am Ende von den Investoren, die zu ihren Bank-Ansprechpartnern gehen und sagen, dann versuch doch mal diese Order über einen Cross-Request über den transparenten Handel abzubilden und am Ende noch dann in einem CCP-besicherten Umfeld zu landen. Das ist Aufgabe auch der IR-Manager. Also teilweise werden wir auch gefragt, wie machen wir das unseren Investoren klar. Sie sind an den Investoren dran. Sie wollen beide Parteien auch zusammenbringen mit dem Bankpartner. Immer wieder ansprechen, versucht es über die regulierten Märkte abzuwickeln. Die Kosten sind was teurer, ja. Aber dann kommt die Thematik wieder hinzu, die ich gerade auch schon besprochen habe. Es wird im September, sage ich immer so schön, knallen. Es knallt jetzt schon beim Verkettungstermin und es werden bedingt durch die ganzen IPOs viele Schwergewichte in den MDAX reinkommen, die dann sukzessive aktuell bestehende MDAX, sehr gute, attraktive Unternehmen, dann eben aufgrund dieser Problematik rausknallen lassen müssen, weil eben teilweise der Turnoverrang dann, oder sie sich wegen des Turnoverranges auch mit auf den letzten immer noch sicheren Plätzen eigentlich bewegen. Aber wenn vier bessere reinkommen, fallen vier raus. Und ich denke, das Anliegen eines jeden Emittenten sollte sein, man ist an der Börse gelistet und sollte auch das Anliegen eines jeden Emittenten sein, die Umsätze über die Börse laufen zu lassen. Das ist mein Wunsch. Und immer wieder ansprechen und Werbung für den Börsenplatzxetra machen. Möchte gerne einen... Auch Frankfurt, ja, die anderen regulierten Börsen. Aber Stuttgart, Entschuldigung, nimmt die Börse nicht mit in die Berechnung rein. 75% des Corporate Markts in Deutschland. Da mische ich mich jetzt nicht zwischen beiden Börsen ein. Xetra und Frankfurt in dem Falle, die Indexthematik bezogen, die wichtigere. Herr Boschern hat sehr lange ruhig gehalten, als Sie vorhin schon praktisch den regulierten Börsenhandel auf Xetra und Frankfurt verkürzt haben. Also besten Dank für das Verständnis. Wir haben natürlich alle auch an Stuttgart gedacht. Ich möchte ganz gerne einen Aspekt noch aufgreifen, den Professor Schierig in seiner Rede genannt hatte, nämlich das Shareholder Screening. Er hatte gesagt, das ist vielleicht auch mit Blick auf die Zukunft nicht ganz unwichtig, dass man sich auch darüber Gedanken macht. Ein Emitent sollte nicht nur gucken, wie geht es seinen Zulieferern, sondern er muss eben vielleicht auch mal schauen, wer sind meine Shareholder und wie geht es denen. Da sehe ich natürlich gewisse Probleme, was den Aktienhandel anbelangt und die Möglichkeiten zu einem Shareholder Screening. Was können Sie denn, Herr Himmler, sagen wir mal unter diesem Aspekt vielleicht auch als Dienstleistung für Ihre Emittenten anbieten? Im Grunde genommen müssen wir als Marktteilnehmer ganz klar, ich will nicht wieder darauf zurückkommen, aber sagen, die Liquidität ist das große Problem momentan an den Märkten. Und natürlich beißt sich da so ein bisschen die Katze in den Schwanz. Je mehr an diesen nicht offiziellen Börsenmärkten an Volumen gehandelt wird, desto schwieriger wird es, da auch die Liquidität wieder hin zurückzubringen. Aus Shareholder-Sicht, das, was ich jetzt als Intermediär so mitbekomme, sehen wir natürlich ganz klar bei Ihren gelisteten Unternehmen, und der Professor hat es ja angesprochen, ein Shift in der Aktionärsstruktur. Nicht nur national, international, sondern eben auch, und ich will es nicht nur als staatliche Unternehmen oder so bezeichnen, aber auch dieser Trend von diesen aktiven Investoren hin zu eher passivierten Investoren, sprich dieser ganze Bereich ETF und passivierte Indexprodukte, die immer mehr an Volumen gewinnen, verändern natürlich auch die Aktionärsstruktur. Und ich bin relativ sicher, dass bei den meisten Unternehmen, die hier auch vertreten sind, wahrscheinlich so eine Firma wie BlackRock als mit ihrer iShares-Familie eine der größten Aktionäre darstellt. Das ist für uns natürlich auch eine Veränderung des Marktes. Wir mögen natürlich Umsatz, wir mögen Transparenz, wir mögen Liquidität und wollen natürlich da bestmöglich dran teilnehmen. Aber diese Passivierung ist natürlich ein ganz großes Thema, auch für Sie und Ihre Unternehmen. Und dementsprechend können wir als Intermediär da natürlich ein bisschen hilfreich beiseite stehen und da beraten, tätig sein. Aber das ist natürlich die große Aufgabe, da eine Antwort drauf zu finden, weil wie diese Fragmentierung im Markt gestartet worden ist, ist natürlich der Regulierer auch davon ausgegangen, dass das Volumen zumindest Anfang des Jahrtausends zumindest so weitergeht. Jetzt sehen wir ganz klare Trends, dass die Volumen im Handel der Aktien deutlich nach unten gegangen ist, hat sich jetzt richtigerweise aufgefangen, so ein bisschen, durch auch die positive Tendenz. Aber per se ist das natürlich ein großes Thema. Ich kann Ihnen keine abschließende Antwort darauf geben, aber das muss man natürlich, jeder von uns muss das mit im Auge behalten, dass sich die Aktionärsstruktur ändert und wie man da am bestmöglichsten darauf reagiert. Das ist schwer jetzt schnell zu beantworten, das ist auch ein Prozess, der in vielen kleinen Schritten gehen muss. Und das ist im Grunde genommen Stand der Dinge. Herr Burschan. Also ich kann mich da Herrn Kruppmann nur anschließen. Wir befinden uns ja nicht in einem Wettbewerb, wer beeinflusst den Regulierer jetzt am heftigsten in seinem Sinne, sondern in der Tat, wir befinden uns in einem Technologiewettbewerb. Solange wie wir nicht technologisch auch das bessere Angebot machen an den Markt, werden wir natürlich im Wettbewerb mit den außerbörslichen Handelsplattformen nicht bestehen. Herr Kruppmann hat einige Beispiele gemacht, einige Innovationen aus dem Börsenwesen genannt. Wir sind ebenfalls sehr aktiv an der Front. Das fängt also bei eigenesgesteuerten Ordern ab an, geht über den spreadlosen Handel in DAX-Titeln bei uns ja zum Beispiel. Oder auch, das begreife ich durchaus als Innovation, eine gewisse Zurückhaltung, was die Zulassung von Hochfrequenzhandel bei uns im Markt angeht, weil wir sagen, die Liquidität bei uns am Platz, die soll eben nicht der spezialisierten Elite der Hochfrequenzhändler, sondern dem Privatanleger zur Verfügung stehen. Perspektivisch bin ich fest davon überzeugt, dass wir große Veränderungen im Börsenhandel sehen werden. Ich sehe eher ein Zukunftsbild, das geprägt sein wird. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz im Sinne der hier Anwesenden ist. Ein Bild, was geprägt sein wird von eher plain vanilla, buy and hold. Also einfache Strukturen, relativ niederfrequent gehandelt, also mit mittelfristigen und langfristigen Anlagehorizonten. Das wird den Kapitalmarkt stabilisieren. Das wird Ihre Bedürfnisse befriedigen. Ich glaube, es wird am langen Ende auch mehr Rendite für die Anleger bringen. Aber was heißt das für uns als Börsen? Ich glaube, die Börsen, oder ich mache mir jedenfalls um die Zukunft der Börsen, speziell natürlich um meine Börse, keine Sorgen, weil ich glaube, das ist durchaus ein Trend, der uns zugutekommt, denn er spricht uns in unserer Kernkompetenz an, als redlich neutraler Sachwalter zwischen den Emittenten und den Investoren zu stellen. Bestimmte Listingservices zu bieten, zusätzliche Angebote, Transparenzangebote vor allen Dingen dem Markt zur Verfügung zu stellen. Und er wird eher zulasten des außerbörslichen Handelslaufens dieser Trend. Herr Fickel, ist das eine Perspektive, die Sie erfreut, die so ein bisschen in Ihre Richtung geht, so wie der Kleinmarkthalle? Ja, man muss sich ja fragen, warum sind denn diese außerbörsligen Dinge alle so groß geworden? Die müssen ja irgendeinen Vorteil haben. Wir sind in einem kapitalistischen System und nicht in irgendeinem vollkommen verorderte Mufte-System. Warum sind die so? Also die müssen ja irgendwelche Vorteile haben. Das ist wie heute mit dem Internethandel auf den Gütermärkten. So, jetzt haben Sie es ganz richtig angesprochen. Und Sie haben gesagt, das ist ein Wettbewerb der Technologie. Man muss sehen, wo das hingeht. Also insofern, da bin ich auch relativ illusionsfrei und sage, der, wo am Ende des Tages das beste Angebot macht, wie immer das dann definiert ist, Transparenz, Preisfindung, Kosten, Schnelligkeit, Dauer und so weiter und so fort, der wird am Ende des Tages das Rennen machen. Was ich, wofür ich plädieren würde, ist, es ist am Ende des Tages egal, aber es sollte ja gewisse Transparenz da sein. Also gerade auch für die Firmen. Weil ich sehe es ja bei uns selbst. Plötzlich stellt die Firma fest, wir rufen an und sagen, ja, wir sind jetzt größere Aktionär und hin und her. Wie kann er gar nicht sein? So viel geht er von unseren Aktien gar nicht um. Ja, zu sagen, wo sind die? Und da Transparenz herzustellen, das muss jetzt nicht gleich in Überregulierung ausarten, aber das sollte möglich sein. Und das würde wahrscheinlich den Leuten auch helfen. Das würde wahrscheinlich allen helfen. Aber auf der anderen Seite zu sagen, haben jetzt da die Börsen die große Zukunft oder die Dark Pulse, ich weiß es nicht. Das wird der Markt entscheiden. Das werden die Abnehmer entscheiden. Und wahrscheinlich gibt es, der Privatanleger wäre natürlich gut bedient mit so einer Börse, aber wie das am Ende des Tages ausschaut, das soll das System entscheiden. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich halte da immer ganz wenig davon, immer alles Regulierung zu machen. Da neigt der Deutsche auch schon ziemlich stark dazu, oder? Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt einige Themen, was die Zukunft des Aktienhandels und auch die Frage, wo geht der Markt hin, mehr zu den regulierten Märkten oder mehr auf die außerbörslichen Plattformen angesprochen. Sie sollen auch die Chance haben, mit der einen oder anderen Frage, hier die Fachleute hier vorne auf dem Podium zu befragen. Ich weiß nicht, ob wir im Saal einige Mikros verteilt haben, aber jedenfalls würden dann in Mikrofone gebracht werden. Und ich darf Sie um einige Fragen gewissermaßen zum Abschluss dieses Panels bitten. Da hinten habe ich eine und dann hier vorne schon gesehen und dann Herr Wolf. Mein Name ist Karl Steinle von der Hannover Rück. Ich möchte ganz gern zu dem Gesagten ganz kurz noch was dazu sagen. Einmal frage ich mich, und das ist meine Kernfrage an das Panel, was tun wir als Marktteilnehmer, ob jetzt Emittentenseite oder auch von Seiten der Börsen oder von Seiten der Betreiber von Darkpools. Was tun wir alle, damit wir hier mehr Transparenz reinbekommen? Also wie beeinflussen wir den Regulierer an der Stelle? Weil ich sehe das Problem durchaus relativ signifikant. Ich mache mir weniger Sorgen um das Ranking, was den Turnover angeht, weil das betrifft alle. Zwar gibt es hier auch Verschiebungen und Verzerrungen im Ranking, aber letztendlich sind alle Emittenten davon betroffen. Und insofern ist das nicht mein Kernpunkt. Der Kernpunkt ist eigentlich von meiner Seite, also von Emittentenseite aus, dass wir die Sorge haben, dass irgendwann die Preisfindung nicht mehr die ist, also die an den regulierten Märkten getroffen wird, die ist, die tatsächlich die wahre Preisfindung ist, weil in den Darkpools einfach schon zu viel passiert und wir keinen Einblick haben in den Darkpools. Ja, die Frage ist wahrscheinlich vorrangig auch an Herrn Krogmann, was die Qualität der Preisbildung anbelangt. Vielen Dank für diese Wortmeldung. Ich unterschreibe die sofort. Also genau das ist unsere Sorge, die Sie geäußert haben, nämlich, dass wir bei Aktien eine ähnliche Marktstruktur bekommen, wie wir sie heute in den Bondmärkten haben, wo 99 Prozent des Volumens gehandelt wird zwischen einigen wenigen großen Marktteilnehmern. Übrigens funktionieren diese Märkte mit so einer Marktstruktur mit einigen wenigen, überhaupt nicht in Krisenzeiten. Was wir gesehen haben, ist in der Finanzkrise, die Equity-Märkte haben wunderbar funktioniert an den regionierten Märkten. Sie konnten zu jeder Zeit eine Siemens-Aktie nachher zusammengebrochen. Deshalb ist es sehr, sehr wichtig, dass hier weiterhin der Hund mit dem Schwanz wackelt und nicht umgekehrt, weil ich glaube, so ein Preisfindungsprozess für die Bewertung für Portfolios, für einfach die Allokation von Kapital, ist es super wichtig, dass wir weiterhin einen Referenzmarktstatus haben. Sie haben konkret danach gefragt, was unsere Aktivitäten sind. Ich kann Ihnen versichern, dass wir sowohl in Berlin als auch vornehmlich in Brüssel, an beiden Standorten haben wir Repräsentanzen, sehr, sehr viele Lobbying-Aktivitäten dazu leisten, dass weiterhin ein börslicher, transparenter, hochwertiger Preisfindungsprozess in Europa bestehen bleibt. Da gibt es sehr, sehr viele Marktteilnehmer, die eine andere Meinung haben, weil sie auch an der einen oder anderen Stelle sehr, sehr viel Geld damit verdienen, dass eben Orders nicht zur Börse kommen und eben diese qualitativ hochwertige Preisfindung zu sehr, sehr engen Spreads nicht mehr stattfindet, weil sie nämlich genau daran Geld verdienen, wenn die Spreads auseinandergehen. Da sind wir dagegen. Wir wollen, dass diese öffentlichen Märkte, die für alle Marktteilnehmer gleichberechtigt zugänglich sind, weiter gestärkt werden. Wir beauftragen Studien, unter anderem auch mit Professor Gomba hier aus Frankfurt. Wir sind sehr, sehr aktiv in den Lobbying-Aktivitäten, sind aber auch immer sehr, sehr dankbar darüber, wenn Marktteilnehmer, die nicht Börse sind und nicht Handelsteilnehmer sind, nämlich Emittenten wie Sie, auch uns hier unterstützen. Von daher, vielleicht können wir, wenn Ihnen das Recht ist, direkt nach dem Podium unsere Karten austauschen, dass wir dann vielleicht gemeinsam auch hier einen Versuch unternehmen können, den Regulatoren auf diesem Weg zu begleiten. Also auch die Emittenten sind gefragt und natürlich wahrscheinlich auch der Dirk als Verband. Das ist ja für Sie auch ein zentrales Thema. Sehr gern. Soweit die Frage beantwortet. Wenn ich dazu noch ganz kurz was sagen darf. Es geht mir, also die Deregulierung, die wir gesehen haben und die Einführung Mifid, war ja im Grundsatz her das Richtige. Weil wir wollen ja natürlich, dass die Transaktionskosten, und auch für uns als Emittenten ist es natürlich wichtig, dass die Transaktionskosten an den Börsen sinken. Nur nicht auf Kosten der Transparenz. Und das, denke ich, ist der Strickfehler gewesen. Okay, Petitum angekommen. Die nächste Wortmeldung. Ein paar Reihen weiter vor, war das Glaube. Ja, genau. Hier vorne. Heben Sie mal den Arm, damit die Dame mit dem Mikrofon kommt. Ja, guten Morgen, Willem Breuer, mein Name. Ich möchte an das anknüpfen, was der Kollege eigentlich schon ausgeführt hat. und auch bemängeln die Zusammensetzung der Diskussionsgruppe hier. Sie alle sind Finanzintermediäre und leben davon, dass Emittenten an die Börse gehen. Kein einziger Emittent ist hier auf dem Podium zu finden. Das finde ich, muss ich sagen, sehr interessant. Und das zeigt damit, sehr viele Institutionen, Finanzintermediäre, verdienen Geld mit dem Börsenhandel. Und ich betone Börsenhandel. Und wir haben heute schon und auch gestern in Gesprächen hier schon so oft uns darüber gefreut, dass es endlich wieder Börsengänge gibt und nicht Gänge an Darkpools. Von daher müssten wir eigentlich alle Interesse haben, dass es den Emittenten schmackhaft gemacht wird, an die Börse zu gehen. Und die zweite Bemerkung ist das Thema Transparenz. Sie alle hier, und insbesondere auch natürlich die Banker, da habe ich die Deutsche Bank erwähnen, erwarten von Emittenten, nicht nur bei Börsengängen, Transparenz. Und hier wird im Prinzip sehr viel Geld damit verdient, den unterschiedlichen Konstellationen und Interessen, dass eben Transparenz unterbunden wird. Und das kann keine gesunde Entwicklung sein. Und da muss ich ganz dringend was erinnern. Natürlich haben Emittenten Interesse daran, dass der Handel über die Börsen geht und möglichst hohe Transparenz auch für sie besteht und nicht nur Einbahnstraßentransparenz in den Markt hinein. Vielen Dank. Vielen Dank für die Wortmeldung. Auch was den Hinweis auf Emittentenvertreter anbelangt. Ich nehme mal an, der Dirk hat etwas Rücksicht nehmen wollen auf Sie heute Morgen, weil sie gestern Abend eine Feier hatten, wo es ein bisschen später wird und wollte jetzt zu früher Stunde keinen hier aufs Podium schicken. Aber wir werden das bestimmt in der nächsten Jahreskonferenz berücksichtigen. Möchte dazu noch jemand was sagen hier? Oder es war mehr ein Statement als eine direkte Frage. Herr Wolf, Sie hatten sich auch gemeldet. Dankeschön. Bernhard Wolf von der GfK. Ja, ich möchte vielleicht auch mal sagen, es ist ganz gut, wenn wir die Emittenten sich noch mal etwas stärker in den Vordergrund stellen. Ich glaube, der Herr Fickel hat sehr recht, wenn er sagt, mit seinen Händlern spricht und das Feedback bekommt, mir ist es letztendlich egal, ich brauche den besten Preis. Das ist der Kunde. Das ist die Message des Kunden. Er möchte Aktien kaufen, er möchte sie verkaufen und er sucht sich den besten Platz, wo er das schnellstmöglichste, den besten Preis bekommt. Das möchte ich erst mal sagen, das ist auch für uns die Messlatte als Unternehmen. Wir sind in der Situation, dass wir Investoren haben, die praktisch über die Börse überhaupt nicht mehr rauskommen aus ihren Werten. Wir haben Fidelity mit ungefähr 10% drin. Wenn ich das hochrechne auf den Börsenumsatz, sie brauchen mehr als 100 Börsentage. Illusorisch. Wenn Frau Schlünsen sagt, wir sollen an der Stelle auch etwas aktiver werden und vielleicht auch Werbung machen für die Börse, bei mir geht es ehrlich gesagt andersrum, bei mir rufen Investoren an, die rein oder raus wollen und fragen, ob ich eine Idee habe, wen ich hier zusammenbringen kann. Das ist aber gar nicht meine Aufgabe als IR-Manager. Ich sehe meine Aufgabe, hier das Unternehmen zu vertreten und nicht in irgendeiner Weise aktiv zu werden, Handelsplattformen zu erklären oder irgendwas zu promoten. Wie wir an die Börse gegangen sind, Herr Krogmann, haben wir einen Prospekt ausgefüllt. Wir haben einen Vertrag, wir bezahlen Sie dafür, dass Sie eine Handelsplattform zur Verfügung stellen, wo wir davon ausgegangen sind, hier findet der Handel statt, hier gibt es einen Referenzpreis. Wir sehen immer stärker und wir sind auch davon betroffen, mehr als 50 Prozent sind im OTC, in Darkpools, in alternativen Handelsplattformen. Wir haben hier nicht mehr die Visualität, wir wissen nicht, wer handelt an der Stelle und doch erfüllen wir eigentlich die Pflichten, die wir mit Ihnen einmal eingegangen sind. Ich glaube, wir müssen an der Stelle einmal darüber reden, inwieweit Handel effizienter wird und nicht auf Kunden und Marktteilnehmer zu schauen. Ich muss sagen, ich kann es völlig nachvollziehen, wenn sich heute ein Fondsmanager den besten Marktplatz sucht. Das möchte ich auch gar nicht kommentieren an der Stelle. Ich verliere den Einblick, das finde ich nicht gut, an der Stelle muss ich sagen, ist eine gute Idee, wenn wir uns darüber unterhalten, dass wir an der Stelle vielleicht ein Art Reporting bekommen oder zumindest Börsen täglich was bekommen. Aber der grundsätzliche Manko ist doch, dass die Börse mit ihren Plattformen heute nicht mehr die Referenzkurse stellen kann, die dahinter stehen, maximaler Umsatz. Und da muss ich an der Stelle fragen, was haben Sie beide Kollegen von den Börsen denn vor, um das abzustellen? Ja, die Frage war sehr deutlich und direkt an Sie. Und an Herrn Buschern. Ich bin auch gern bereit, da zu antworten. Wollen Sie anfangen? Vielleicht mache ich eine kleine Overtüre, die noch mal erinnert an die Historie der Deregulierung, wo kommen wir her? Wir haben völlig richtig vorhin beschrieben, diese großen und völlig berechtigten, weil durch Investoreninteressen gerechtfertigten, außerbörslichen Handel schon immer gehabt. Und wir haben seit 15 Jahren das Phänomen, dass wir neben den regulierten Märkten elektronische Handelsplattformen haben, die funktional nichts anderes machen als die regulierten Märkte. Es sind zum Teil sogar die gleichen technischen Unterbau, die da am Werkeln sind. Es ist das gleiche System, es ist einmal als börsliches und einmal als außerbörsliches System funktioniert. Und wenn Sie ja doch auf eine sehr nachdrückliche Art fragen, was tut Ihr Börsen denn im Wettbewerb, um mich als Kunden zu befriedigen? Und ich verstehe Sie eigentlich noch ein bisschen schärfer, jetzt jammert doch nicht so rum. Tut doch etwas, um Eure Kunden zufriedenzustellen und Ihr bekommt die Umsätze wieder zurück. Dann möchte ich an der Stelle zurückgeben, dass wir dazu außerordentlich gern bereit sind, dass das aber natürlich dann in einem Wettbewerbsumfeld am besten funktioniert, wo alle mit dem gleichen regulatorischen Gepäck unterwegs sind. Und das ist die Realität, meine Damen und Herren. Wir haben in der Europäischen Union 150 miteinander konkurrierende technische Handelsplattformen, die mehr oder weniger alle das Gleiche anbieten, nämlich Investor A mit Investor B zu ersetzen. Von diesen 150 Plattformen sind nur noch 50, die Minderheit, regulierte Märkte. Mit dem erheblichen Unterschied zwischen diesen zwei Welten, regulierte Märkte und außerbörsliche Märkte, dass Herr Kruckmann und ich Märkte betreiben müssen, an denen aufwendige Listingprozeduren vorgehalten werden, an denen wir eine Handelsüberwachung bezahlen und staffen und technisch ausstatten müssen, an denen wir uns an bestimmte Handelsabläufe halten. Das ist uns regulatorisch vorgegeben. Das ist ein Konzept, aus dem wir nicht entweichen können und im Übrigen auch nicht entweichen wollen. Was ich damit sagen will, wir befinden uns in der Konkurrenz mit Märkten, die im Übrigen auch noch parasitäres Geschäft auf unseren Dienstleistungen machen, denn wenn er nicht listet oder ich nicht liste, gibt es keinen Handel im außerbörslichen Handel. Wenn es bei mir keine Preisfindung stattfindet oder bei ihm oder keine Handelsüberwachung, gibt es keine Preisfindung im außerbörslichen Bereich. Was wir also haben, ist eine Situation, eine sehr, sehr unfaire Konkurrenzsituation, wo Sie einen Teil der Systeme mit erheblichen Kosten belastet haben und Konkurrenzsysteme haben, die von diesen Dienstleistungen profitieren und mit weit weniger regulatorischem Gepäck unterwegs sind. Deswegen geht der Aufruf an Sie als Emittenten zurück, für Wettbewerbs- und Chancengleichheit im Wertpapierhandel zu sorgen und reihen Sie sich da ruhig in die Reihe der Börsen, die dann nach dem regulierten Handel fragen an. Das soll alles nicht Wettbewerb verhindern. Nicht, dass ich falsch verstanden werde an der Stelle. Nochmal, 50 von den 150 Plattformen sind regulierte Märkte. Die stehen nach wie vor im Wettbewerb. Und Sie können sicher sein, der Herr Krockmann und ich, wir streiten uns gerne über Orderflow. Gut, Herr Krockmann dazu noch? Ich glaube, der Christoph Porschad hat viele Punkte gebracht, die ich auch hätte sagen sollen, wollen. Wettbewerb ist gut. Auch Mifid hat dafür gesorgt, dass wir besser geworden sind. Unsere Preise sind runtergekommen. Wir stehen im Wettbewerb in Technologie. Wir stehen im Wettbewerb um Liquidität. Wo wir nicht gerne im Wettbewerb stehen, ist um Regulierung. Und das ist genau der Punkt, den der Christoph Porschang genannt hat. Wenn wir Same Business, Same Rules haben mit den OTC-Plattformen, sind wir gerne bereit, in den Wettbewerb einzusteigen. Das Problem ist nur, wenn Sie als Investor die Möglichkeit haben, eine Transaktion völlig im Dunklen durchzuführen und keinem anderen Marktteilnehmer zeigen zu müssen, dass Sie eine große Position in einer wenig liquiden Aktie verkaufen wollen. Oder Sie zeigen diese Position an öffentlichen Märkten. Entschuldigung, wo gehe ich denn da hin? Natürlich da, wo ich es nicht zeige. Und solange der Regulator die Investoren nicht dazu zwingt, an diesen Marktplatz zu gehen, haben wir überhaupt keine Chance, dieses Volumen zurückzugewinnen. Da haben wir überhaupt keine Chance. Weil dieser Darkpool-Markt nichts anderes macht, als sich unsere Preise, die sehr, sehr qualitativ hochwertig sind, weil überwacht, weil transparent, der holt die sich einfach rein aus unserem offenen Orderbuch und führt hier die Orders aus, die vorher, pre-trade, komplett intransparent sind. Das heißt, ich schließe hier aus, dass ich überhaupt irgendeine Interaktion mit Marktteilnehmern habe, weil ich zu einem automatischen Referenzpreis gematcht werde. Also solange wir diese Situation haben, können wir nicht viel machen, außer zu sehen, dass wir die Preisqualität und die Volumina bei uns steigern. Und da stehen wir im Wettbewerb, unter anderem mit der Börse Stuttgart, aber auch mit allen MTFs, wie beispielsweise Chayex, die das gleiche Marktmodell haben wie wir. Das ist guter Wettbewerb. Schlechter Wettbewerb ist der, wo wir einfach unterschiedliche Sportarten betreiben. Ja, meine Damen und Herren. Vielleicht noch eine Frage auch von mir, weil der Wolf mich ja auch angesprochen hatte. Natürlich ist es nicht Ihre Aufgabe, als Emittent oder Investor Relations Manager hier die Parteien zusammenzubringen, aber oftmals bekommen Sie eine Seite genannt, wenden sich dann, denke ich mal, auf jeden Fall an einen Bankpartner von Ihnen. Bei uns ist es so, wenn die Anfrage kommt, dann habe ich die Möglichkeit, ein OTC-Geschäft zu machen. Ich habe die Möglichkeit, eine Overnight-Position aus Buch zu nehmen. Ich kann die Aktien dann, wenn ich sie overnight long bin, marktschont in den Markt geben. So platzieren wir jeden Tag Blöcke marktschont. Mir ist wichtig über Xetra. Und wenn Sie mit der einen Partei sprechen, dann könnte man ja hin und wieder einfach mal das Wort Xetra in den Mund nehmen, börslicher Handel. Inwiefern Sie das sehen, dass Sie der Börse einen Gefallen tun. Also Sie als Emittent, denke ich mal, haben ein Anliegen daran, die Umsätze am regulierten Markt zu steigern, weil die eben nachvollziehbar sind, weil die eben für die Indexberechnung und so weiter wichtig sind. Das war mein Anliegen, weil ja auch aus dem Publikum waren, was können wir gemeinsam tun. Das ist natürlich nur eine kleine Spitze. Aber ich habe viele Beispiele, die ich wirklich auch aufzeigen kann, wo man sieht, wenn Orderbücher strukturiert werden, wenn man versucht, diese Möglichkeit zu nutzen, auch mal Blöcke über Xetra zu handeln, dass eben diese Unternehmen, und da haben wir Ungleichgewichte, innerhalb des DAX, MDAX, TechDAX, SDAX, dass man eben versucht, die Darkpool-Anteile sukzessive, und das geht nicht von heute auf morgen, aber weg von den Darkpools hin zu den regulierten Märkten zu holen. Und so kann jeder ein kleines bisschen was dazu beitragen. Ich glaube, die wichtigsten Personen sind halt die Regulatoren und die Börsen, und da muss Einigkeit bestehen. Und das, was Herr Krogmann gerade gesagt hat, unterschreibe ich auch. Ansonsten ist es nicht fair, und dann wird immer ein Ungleichgewicht bestehen, auf jeden Fall. Vielen Dank, Frau Schlünsen. Das war ja schon ein recht versöhnliches Wort, gewissermaßen zum Abschluss unserer heutigen Podiumsdiskussion. Ich glaube, sie hat gezeigt, was auch ein Marktplatz leisten soll. Er soll unterschiedliche Ansichten, Positionen, in dem Fall Emittenteninvestoren und Börsenbetreiber, zusammenbringen und auch die Kommunikation fördern. Ich hoffe, das haben wir auch für Sie heute hier auf dem Podium leisten können. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei allen Teilnehmern dieses Panels und auch bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und auch für die guten Fragen. Mich hat diese Diskussion manchmal etwas an eine andere Branche erinnert, wo es auch gewissermaßen um Referenzpreise und dann andere Märkte geht, nämlich im Einzelhandel für Elektronikprodukte. Alle gehen zum Mediamarkt, gucken da den Referenzpreis an und kaufen dann im Internet für ein paar Euro billiger. Das hat mich ein bisschen erinnert an die Situation hier, manchmal, was die organisierten Märkte und die Darkpools anbelangt. Und wir wissen alle, wohin das führen kann. Deswegen nutzen Sie solche Veranstaltungen wie diese, um sich auszutauschen, um vielleicht auch Initiativen Richtung Regulierung zu entwickeln. Ich darf mich bei Ihnen ganz herzlich bedanken und wünsche Ihnen noch einen interessanten Tag hier auf der Jahreskonferenz des DIRK. Und als Chefredakteur der Börsenzeitung nehme ich natürlich die Anregung gerne mit, auch vielleicht über OTC-Märkte und Darkpools zu berichten, sofern uns das möglich ist. Aber ich glaube, wir haben auch sonst genug interessante Inhalte in der Zeitung, dass sich die Lektüre der Börsenzeitung jeden Morgen lohnt. Vielen Dank. Applaus Dankeschön.